Mykonos! All I need is your love night How are you? Der Fettsack kann nicht schwimmen I am under the water Please help me Willkommen zum nächsten Video So ist der zum Boot geschwommen damit er die Rechnung nicht bezahlen muss So ein Wichser Das ist Quatsch was wir machen Ich bin komplett gern verboten Yeah Und nächsten Monat nochmal Saufen So, erstmal ein Lager aufgeschlagen Flash of Clans Streams werden auf jeden Fall Nice Da Der haut einfach ab und ohne zu bezahlen Max ist einfach zum Boot geschwommen Und dort hinten raus, Digga Chilliger Typ Hungriger Hugo auch so ein fucking Two-Head my man Das gibt's alles in 4K Ultra HD In meinen Vlogs und er grabt sich die 140p Story von Amaz Instagram Oh du fuck, mate Are you fucking dumb Are you fucking stupid Are you fucking stupid hungriger Hugo Are you fucking brain that Ene Naja wie auch immer Die Hauptsache ist Jetzt sind alle auf dem Boot Und bereit für Spaß Komm mal Nodeln Ich habe doch gesagt nicht vom Beckenrand springen Letzte Verwarnung Nicht vom Beckenrand Nicht vom Beckenrand springen Schild ist Schild Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh Was für den geilen Arschbappen, Bro! Geht den Bein! Kennt ihr diesen Dude hier von Insta, der das Salz immer so streut? Schauen wir uns mal seine Story an. Sascha, what the fuck? Ich war immer schwachkörperlich. Ich habe mehr Kraft als viele, aber weniger Kraft als die meisten. Okay. Ich bin hier gerade im VR-Shirt. Kumpel, zeigt mir gerade, wie mein Skin aussieht, Junge! Elon Musk ist der zweitreiste Mann der Welt. Aber scheiß auf, Elon, der deutsche Elon, ist viel besser. Oh, fuck around like a brand new. Junge, 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 ey, das passt so perfekt. Alter, ich habe von ihr letztens auch den Yoga-Stream geschaut. Ich habe so viel gelernt, holly shit. Und zwar nur meine eigene Sexualität. Ich schwöre, das passt so perfekt. Danke für zwei Euro, mein... Mein Hart ist... Ist das richtig ausgesprochen? Junge, Trollname. Weil er will, dass du sagst, mein Hart ist... Hab ich aber nicht, ich habe gesagt, mein Hart. Auf einmal schlagen sich zwei Russen hinter uns. Mockbar, Mockbar. Ich höre hinter mir und denke mir, naja, klar. E bei Müllers hat's gebrannt, brannt, brannt. Bitte? Wenn die Kinder die Spiele machen, ne? Die Frau sagt... Guck mal dahin. Die schlagen sich. Ich so, auf einmal... Jetzt weiß ich, woher das Klatschen kommt. Ich sehe die beiden. Bam, Junge, große Fighter. UFC, nur ohne, 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 ohne Regen. UFC, die sind Familie, Schwager. Heute angeraten. George! George, George, George. Auf einmal siehst du, alle nehmen sich in den Arm. Das war's schon. Kuss. Und der Grund war, der Mann, der mit seiner Frau da ist, sagt zu seinem Schwager, ich habe noch eine andere und telefoniert mit der FaceTime. Ach so, ja, okay. Und der Bruder von der Frau natürlich. Aber hier... Ich schlafe mit Revi im Zimmer. What the fuck? Er musste mit Micky schlafen, das war viel schlimmer. Und ich bin so froh, dass ich mit Trimax schlafen musste. Jeden Abend, ich schlafe neben Trimax in, also im Zimmer neben Trimax, also das Zimmer von Trimax nebenan quasi. Und der schreit jeden Abend Helene Fischer rum. Micky föhnt sich die Eier, Digga. Das war ein fucking Irrenhaus. Ich hatte dieses Einzelzimmer und ich war so froh darüber. Micky und Amar schnarchen beide. Ja. Nico ist nie alleine. Er wird immer Damenbesuch haben. Dann schlafe ich mal auf der Couch. Sascha riecht das ganze Zimmer nach Rauch. Ich glaube, ich habe mit Revi schon guten Fang gemacht. Kondom-Challenge. Gehen wir in den einen für die Augen verboten und der andere muss dann erst schmecken. Das ist Hass. Kutti Kutti. Oh no, no. Dann wollte Micky mich retten. Ich sage so, jo, mir geht es mega gut. Das Wasser ist so salzig, ich kann gar nicht untergehen. Ich rette dich, sagt er. Springt, merkt in der Luft, scheiße, er hat auch seine neu gekaufte 300 Euro Gucci Sonnenbrille auf. 500 Euro. Will sie ins Boot schmeißen, wirft es übers Boot. Das Ding geht unter, da waren 6,5 Meter Tiefe, dann kam einfach ein Lapp so, seitdem nennen wir ihn nur noch Aquaman. Ja, Digga. Gibt sich die Brille auf, das Ding ist irgendwo im Ozean. Er taucht einfach einmal da und hoch. Er redet mit den Fischen und hat einfach die Brille in der Hand. Da war ich so besoffen. Ja. Ich mag Züge. Nein, 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 nein. Ich werde Zug durch. Den Witz fand ich immer so geil. Irgendwann bringe ich den mal in einem Video. Irgendwann bringe ich den mal in einem Video. Ich mag Züge. Nein, 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 nein. Fand ich immer lustig. Und eines schönen Tages brachte er den Witz dann echt in einem Video. Du Scheiße, das Kabel auf dem Boden sieht ja aus wie ein P***s. Gott, das ist so ein schlechter Witz. Das kommt ja gleich nach. Mein Name ist Marvin. Oder ich mag Züge. Stopp, stopp, stopp. Fucking executed, my man. I'm unable to, like, I can't, I can't fucking hide myself, John. Fucking epic, man. That was fucking epic. I fucking enjoyed it so much, man. Jan Brauks trilliges Fan-Treffen. Jan Brauks trilliges Fan-Treffen. Hat dir jemand ISD bestellt? Nooo. Ich bin nicht so. Hier spricht die Polizei. Die YouTuber Chan-Bro und Moskin haben das Gelände verlassen. Chan-Bro und Mosk-Wett? Casino-Streams machen auf Dauer echt schon immer müde. Kann man mal ein Dicker hier machen, oder? Ist das so? Ist das Kai Pflaume? Ist das Kai Pflaume? Ist das Kai Pflaume? Krass, Alter. Der ist bei mir auch komplett weggepennt, als wir fetterhin durchgedübt haben. Nice. Perfekt. Sansi, damals zu wild. Deine Mutter wiegt über 100 Kilogramm. Du gehst mir hart auf den Sarg. Was bildest du dir eigentlich ein? Komm in dein Stream rein. Ich will einfach nur eine Antwort haben. Wie? Was fällt dir? Baffst du eigentlich ein? Oh, damn. Deine Mutter muss 15 Kilogramm Gras essen, um zu überleben. Baffst du? Und da ist er, der DMCA-Strike. Danke dafür, hungriger Hundesohn. Oh, das ist ein Hit. We need to see you waiting, how to have a love for living. Hä? Dieses Grinsen. Ach, du bist ein Richtig. Level Up hat eine 4-für-2-Aktion mit Code Gimex 2. Es reicht mir schon, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich die aufgespritzten Testo-Leute sehe, die sich mit 2021 Testo ins Arschloch reinspritzen. Was kommt ins Arschloch, Digga? Ich habe mir das immer in die Wehen gemacht. Fucking lost. Und dann an den Trainingsgrägen. Geräusche machen, Digga. Damit will ich einfach alleine nach Hause gehen, Digga. Mois, sein Sohn, und Mois' Katze sind diesen hier. Abgeschlossen, in der Wildnis zu leben mit Haro. Die Taufe ist auch immer ein Familienfest. Digga, wieso ist Tauro so ein Psychopath? Wer ruft mich an um die Uhrzeit? Ich will wissen, wer das ist. Jetzt habe ich mich versehen. Wen wollten Sie springen? Philipp? Philipp? Ah, Philipp. Die hat mehrere. Das war seine Ursprungsnummer. Ach, einen Moment. Ich hole ihn mal eben kurz ans Telefon. Er ist nebenan. Okay, danke. Bitteschön. Hallo, es ist Philipp. Hallo. Hallo, Philipp. Hey, how are you? I'm fine. It's Jackie. Oh, Jackie. I miss you. Ah, wait a minute. You're not Philipp. Telefon-Prank, Mann. Ich komme vorhin bei mir ins Zimmer und ich denke so, Digga, warum stinkt es hier so, ne? Und ich sage so vor mich hin, boah, Digga, was stinkt hier so? Und plötzlich links neben mir, ich habe mich übel erschrocken, sitzt er einfach auf dem Klo und ist bei uns am Scheißen. Ist doch nicht witzig. Das läuft sowas von auf meiner Beerdigung, das Lied.